Guten Morgen und willkommen bei der zweiten Runde vom Super Mario World Race Challenge des Let's Play Forums. Wir spielen heute Forest of Illusion 2, wie man lesen kann. Oben rechts, äh, oben rechts, sehr genau. Oben, nein, das ist nicht mittig, das ist, obwohl es ist rechts, ne? Äh, egal! Und bevor jetzt noch irgendjemand fragt, warum hab ich so komische Grafiken, ja, das ist normal, wenn man die Sternenwelt beendet hat. Und wir setzen hier ein Safe und starten dann gleich los und die Federn nehmen wir uns mit, ja. Und ich werd's wieder so am letzten Mal machen und meine ganzen Tode und so, äh, rausschneiden. Ja, genau. Wir laden erst mal wieder. So. Äh, nein, nicht meine Tode rausschneiden. Geschmack. Was richtig? Das ist schon wieder Unsinn. Ihr werden meine Tode, meine Tode, was werden wir denn? Die, die werden wir, oh Gott. Meine Tode werden wir beerdigen, ja. Äh, nein, ich werd sie wieder zusammenschneiden. Also ihr werdet das hier wahrscheinlich gar nicht hören, also, pff. Mir ist scheißegal. Und, ah, ich, ich hasse diese Stelle. Ich hasse sie so sehr und ich hab noch was vergessen auszuschalten. Na, das ist mir egal. Scheißvieh hier und in jetzt irgendwie rennen. Ich weiß nicht, ist das Sound. Oh, kein Problem. Hier. Ich weiß nicht, steht jetzt sowas. Oh, 205. Gar nicht so schlecht für den ersten Versuch. Und, ja, genau, äh, genau das hab ich mir gedacht. Also, nicht sonderlich viel. Und deswegen hab ich jetzt keine Ahnung, ob die Aufnahme überhaupt passt oder nicht. Oder, wow, ich hab's zum nochmal, noch, zum, zum, zum nochmal geschafft. Yeah, hey, und wir schwimmen links und wir schwimmen rechts und wir schmeißen den Block weg. Ich will diesen scheiß Block, ne, damit schwimmen so langsam. Und, ui, und Block. Block-O-Land. Geh weg, Fisch. Es gibt, es gibt, was wollte ich jetzt sagen, äh, Nemo, findet Nemo, Fischstäbchen gibt's heute bei uns. Liebevoll zubereitet mit meiner Flacke. Ja, denn ich hab eine Flacke und kein Cape. Woho, woho. Ohso, ohso, oh no. Oh, ohso, ohso, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte, weil ich so über... Pff, ja, keine Ahnung, weil ich so beeindruckt bin von meinem Überskill. Und 210 ist drin. Ja, 210. Das sind fünf Sekunden mehr als bei meinem ersten Versuch. Das hat mich echt überstaunt, ja, das hat mich überstaunt, dass ich das jetzt geschafft hab. OOOH Ich hab ne F... Das... Von dem was ich da... Da gibt's wirklich... ...n... ...n... ...gemacht hat... ...solle es vielleicht erklären... ...da... ...fucklf... ...sonst... ...ne wird wenn... ...das wurde ich scherze... ...dick ich dir hin... Also Leute, bei Let's Play ist immer über Pornos reden, dann werdet ihr von alleine besser... ...wo wo wo wo... ...oahhh... ...schu... ...und wir kommen nicht durchs Lochteil... ...du... ...l... ...la la 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 la... ...la la 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 la... ...yeah... ...yeah... ...la la 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 la... ...la la 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 la... ...pfff... ...ich hab Super Mario World gespielt und da hab ich so geile Kompositionen gemacht wie... ...hey, wir schwimmen... ...oder Kompositionen wie... ...porno, porno, porno... ...und... ...findet Nemo das... ...schwimmende Fischpferdchen... ...Fischpferdchen... ...was... ...ohh... ...wimmen... ...ich klicke nie wieder auf Pornos von Chris... ...OH GOD... ...die Opfer... ...die haben mit... ...sind immer wieder... ...können... ...naaah... ...dann halt dich dran... ...löcher...rein...glitch... ...der... ...vier... ...kurse... ...bin ich schlechter... ...okay... ...das reicht für heute... ...für heute... ...reicht es...